Und Peter läuft einfach durch, die alte, der alte Lutschbügel. Boah, wie es laggt, wie es laggt, Alter, wie es laggt. Ich kann gar nichts machen. Du stehst auf den einen und dann stehst du so neben dem, hinter dem, vor dem. Und du bewegst dich einfach nicht. Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Peter mit der neuen Folge Minecraft Bad Wars. Auch noch mal, der mit dabei ist, der liebe Sturmwaffe. Das bin ich. Ja, guten Tag. Wie geht's dir, Bro? Hallo. Läuft Rummelplatz. Tschüss. Oh Mann, Alter. Er singt die ganze Zeit einfach Rummelplatz. Aber ich bin ja auf Steampunk. Komm, Dude, jetzt geh mal weg da. Der Sultan, Alter, wir haben den Sultan im Team. Ja, läuft bei uns, weil wir sind multicultural and we love it. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste ein bisschen schmunzeln, eigentlich einen Skin gesehen haben und dann das, was du auf dem Webvideopreis geschenkt bekommen hast, Alter. Das ist voll süß. Das ist voll geil, Mann. Das sieht genauso aus. Ich hab das gefeiert. Ja, ich hab das auch. Und ich hab den noch den ganzen Tag dabei gehabt. Perfect, perfect, schmurfect, Alter. Schmurfect, perfect, schmurfect, schmurfect, perfect. Ich helf dir mal eben, Dude. Alter, die werden dir so richtig verprügelt, Alter. Ja, einfach rüber, einfach rüber, einfach rüber. Ja, hopp, hopp. Der kriegt eh nix mit. Oh, der hat richtig geleckt. Oh, was mit dem, Alter? Boah, hä? Der hat richtig geleckt gerade, egal, einer ist tot. Alter, was war da los? Der einfach so oben stehen geblieben, Alter, wie der Roadrunner früher, immer in der Sendung. Nee, das war gar nicht das Roadrunner gewesen. Nee, das war irgendein Huhn, was du gerade gemacht hast. So eine Taube, Alter. Kennst du gurgelnde Hühner? Nein. Ich auch nicht. Ja. Alter, ja, genau. Was macht denn unser scheiß Sultan, Alter? Der drängt sich da die ganze Zeit, ist einfach unter der Base. Löff bei ihm. Wir machen das einfach nur zu zweit. Ja, kriegen wir schon hin. Hier kommt keiner. Ich habe provisorisch mal das Bett eingebaut, würde ich sagen. Oh, da ist ein grüner. Was, wo, wo? Der leckrichtig, Alter. Der leckte, Liga, ja, ja. Der ist durch mich durchgegangen. Alles gut, alles gut. Was macht der Sultan denn jetzt schon wieder? Der Sultan ist wieder voll besoffen. Ich weiß nicht, was bei dem los ist. Von dem Kind. TUTAN! TUNEK, 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 TUNEKTAN, TUNEK. Kennst du das noch? Nee. Was ist das? In WoW gespielt? Nee. Ja, doch. Den, den von den, wie heißen die? Daranine oder Dranein? Ja. Der, äh, der Tanzstil. Der kommt von diesem TUNEK, TUNEK, TAN-Video. Ach so. Okay. Du ne g du ne g du ne g du ne g du ne g. runter runter. Ok und... They're down. Geh jetzt mal Über, wo bist du? Früh. They're down. Bist du hier über den Weg gelaufen? Yep. They're down. Hast du schon alle geschnetzelt? Jup. They're down. Was bist du für ein Tier, Alter?! Ja Steampunk ist OP meine Map. Das leider das war.... Beingbyst Alter. im kanal ist voll meine Map. Nehmen uns hier direkt die roten Oder wer ist hier? Ist da einer? Rode Maschine! Komm. Komm, wir gehen rüber. Oh, da ist einer auf der anderen Insel. Oh, ich bin tot, tschüss. Maschine! Die haben mich nicht gesehen. Zack, Allah. Maschine, Digga. Maschine. Bin trotzdem gestorben, mega Hauptsache. Bad, abgebaut! Der Sultan, was macht der hier? Der baut immer noch einen Weg. Maschine, Maschine. Ja, läuft bei dem. Kennst du das Lied, Maschine? Maschine. Killing in the Machine. Von Bilderbuch? Nee. Kennst du die Band, nicht Bilderbuch? Doch, doch, die hab ich bei Rock am Ring live gesehen. Aber ich kannte die nur aus... Nice. Die sind richtig gut, die Jungs. Mal richtig gute Musik, Alter. So, Leute, wie Rakete. Ich packe euch mal den Link unten in die Beschreibung. Hört ihr das Lied an. Rakete? Das ist ein richtig geiles, nice Lied. Das hat Smurf mir gezeigt. Das ist richtig nice, Alter. Das ist so richtige Ohrwurmgarantie, wenn ihr das hört. Ja, auf jeden, Alter. Rakete ist fantastisch. Echt geiles, geiles, geiles. Nee, warte, warte, warte. Na, okay. Rot hat die Mitte. Ich komme, ich komme. Hä? Es lag gerade so ein bisschen, Alter. Ja, du hast ja auch schon den ganzen Tag mit Lags zu campen. Ja. Oh. Willkommen für uns. Lol. Ich bin so ein Depp, Alter. Ich habe das einfach nicht gecheckt, dass der Gegner ist. Alter, 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 alter. Peter, 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 Peter. Ich bin tot. Hast du ihn? Ja. Nice. Oh, man. Ich hätte mir gerade so einen Chip reingetan noch, weißt du? Ja. Ich habe mich einfach gerade schrocken. Ich boxe auf den einen und plötzlich... Aus, hä? Echt wieder leck. Ja, gut, Leute. Dann müssen wir nochmal eine zweite Runde machen. Bis gleich. Gleich, yo. Mach das doch, Alter. Mach ich auch. Bitte, 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 bitte. Meine Freundin ist weg, so wie das Geld aus Amerika. Ja, Leute. Wir hören es immer in der zweiten Runde. Und wir spielen jetzt mal Castle. Must be the Riesen. Bayern King auf meinem Kopf. Er singt heute, Junge. Must be the Riesen. Singtag. Ja, das ist mein... Hast du eigentlich mal Castlevania dieses Spiel gespielt? Früher? Nee, kenn ich aber... Nein, nicht gespielt? Aber nicht gespielt, nee. Mega nice das Spiel, Alter. Kann ich dir nur empfehlen. Ich packe meinen Link in die Beschreibung. Kauft es euch. Wie übrigens meine Brille auch in der Beschreibung. Kauft ihr euch sehr gute Brille. Ist alles im Spaß. Alles im Spaß. Alles im Spaß. Außer Castlevania. Kauft euch das wirklich. Danke. Tschüss. Ich hab euch Smurf vorbei. Kauft euch das. Kauft euch Smurf. Kauft euch Smurf selber. Kauft euch den. Ich sing jetzt immer ganz viel in Let's Plays. Weil ich muss kompensieren, dass Paluten weg ist. Ja, ist so. Und dann muss ich den Gesang immer nachholen, den ich sonst mit ihm habe. Entschuldigung. Du bist echt süß. Weißt du, wir sind sweet. Danke. Danke. Boah, ich bin der Mädel, Alter. Alone. Alone in der Mädel. Hä? Nee, hat er sich nicht mehr hochgebaut, Alter. Du, alter Noob. Nee, nee. Ja, ja. Kannst du ja gleich machen. Aber. Ich hab 10 Gold. Komm bitte in die Mitte, Alter. Nee, komm, komm doch direkt zurück. Kommt dir was. Ja, aber da. Ich will nicht, dass die anderen was kriegen davon. Ich komm mit. Ich bin so richtig im Gold Rush, Alter. Wie früher. Weil wir noch im Krieg waren. Perfekt, Alter. Im Krieg. Im Gold. Krieg gegen Kinder. Da wo Kinder sind. Im Krieg. Tschüss. So, jetzt hol ich mir jetzt mal ein nicer Dicer Bogen, Alter. Der geht nicer Dicer. Zack, 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 zack. So, so, so. Mein Freund. Zack, zack. Okay, gut. Das hier hin. Das da. Und jetzt werden hier Leute geschnitten. Leute, Leute. Wo war das? Weiß ich nicht. Ich nicht. Gelb ist aber, aber die waren gar nicht da. Lol. Okay. Im Kopf. Die sind gelieft. So, jetzt hol ich mir noch eine Ausrüstung. Ey. So, mein Freund. Jetzt wird gesnaselt hier. Wir sind Team Gelb. Hä? Team Rot hat kein Bett. Die Team Rot hat kein Bett. Ne, ist sie nicht. So, mal ein Screenshot, Alter. Hä? Welche Teams werden die an der Seite angezeigt? Boah, es leckt so sau. Ich bin zu Team Grün durchgelaufen und ich stehe hier und da war ein Roter in der Base von denen. Lol, dicht zum Kopf. Boah. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, ich brauche jetzt einfach mal 10 Gold. Und Peter läuft einfach durch. Die alte, der alte Lutschbügel. Boah, wie es leckt. Wie es leckt. Wie es leckt. Alter, wie es leckt. Ich kann gar nichts machen. Du schickst auf den einen und dann stehst du so neben dem, hinter dem, vor dem. Und du bewegst dich einfach nicht. Ja, leckt der oder leckst du? Ja, ich weiß es einfach nicht. Leckt der oder leckst du? Gehücht. Gehücht. Ich hab hier was zu kämpfen. Stimmt, weil Simon da ist, nutzt er das ganze Internet, Alter. Und zieht sich hier über seine Filmschule ein. Und zieht sich hier über seine Filmschule ein. Und zieht sich hier über seine Filmschule ein. Ja. Alles gut, alles gut. Machen wir, machen wir schon. Machen wir schon alles. Ach, ich hab auch gar keine Angst. Bitte, bitte, bitte. Zack. Ich hab keine Angst. Angst ist wichtig. Das ist das Wichtigste, was der Mensch jemals erfunden hat. Die Angst. Angst. Vor... Sophia, du mal da. Zack, zack, zack. Dass die da war, ne? Auf dem Webidopreis. Ja, war krass, Alter. Das wollte ich schon immer mal so sehen. Wollte ich auch kurz anpacken. Aber hab ich mich nicht mehr beschaut. Aber dann kam hier Karl Berlindemann gekommen. Alter. Ja, das stimmt. Und dann hätte die dein Gesicht zertrümmert. Ich hab mir einfach mein Gesicht auf sie tätowiert. Ja, genau. Ist einfach drauf. Scheißegal. Zack, Peter, Eiskalt. Die haben kein Bett mehr, ne? Ich weiß. Aber ich... Ich mach jetzt was hier, Alter. Okay, einer ist da oben. Hä? Ich kann dich nicht sehen, Alter. Ich bin hier. Hier oben. Oh. Schieß auf dich mit dem Pfeil. Hier oben. Wo? In der Mitte. In der Mitte. Achso, da hast du einen getötet, Alter. Ja, ja, genau. Peter macht das mies, Alter. Wie? Unter ihr seid der Haul, Alter. Tschüss. Was los heute? Das war's mit... Bad Wars. Was los heute, Alter? Was los heute? Hm? Was los heute? Heute bin ich auf dem Maschinentrip, Alter. Erst für den Survival Games. Und dann Bad Wars. Bester Tag ever. Das ist sein Tag. Das ist Peters Tag. Peters Tag. Heute auch am... Dienstag kommt das Video. Dienstag. Ich bin echt sehr emig, dass sie nicht loslassen auf Menschen. Tschüss. Okay. Tschau. Leute, das war's von Bad Wars. Ich hoffe, ihr seid euch gefallen. Wenn ihr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schaut mal bei Smurf vorbei. Diesem lustigen Jimmy. Der macht irgendwann ein Album mit Überleben wie ein ganz cooler YouTuber. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Mit Sophia Tumalasch. Mit Sophia Tumalasch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis dann. Tschau. Tschau.